Untertitelung des ZDF, 2020 Wir trainieren viel vom Umfang her. Wir haben gesagt, anstatt acht Tage Spanien machen wir jetzt drei Wochen Trainingslager in St. Gallen. Wir trainieren jeden Tag zweimal. Die Bedingungen sind gut, wenn wir auf den Kunststraßen sind, auf denen wir ja auch zwei der ersten drei Spiele bestreiten. Deshalb ist es eine gute Vorbereitung auf das, was in zweieinhalb Wochen kommt. Es ist ein gutes Gefühl, wieder zurück zu sein. Die Stimmung ist gut, aber man merkt, dass jeder motiviert ist. Und eine bessere Rückrunde hinzulegen, als wir die Hinrunde gespielt haben. Und ich glaube, wenn wir das so durchziehen, wie jetzt aktuell der Spirit in der Mannschaft ist, dann haben wir gute Chancen, dass wir das schaffen. Ja, wir haben unsere normalen Schwerpunkte. Der Schwerpunkt in der ersten Woche war sicher das Spiel mit Ball, das schnelle Spiel. Auch, dass wir uns an den Kunststraßen gewöhnen, präzise spielen. Und es geht darum, jetzt auch schon in der zweiten Woche, klacher Schwerpunkt, der sich durchziehen wird, dass wir besser verteidigen, besser unsere Tore beschützen und hoffentlich dann als Konsequenz weniger Tore kriegen als in der Vorhine. Die Sonne wäre zum Trainieren schon angenehm, aber danach genieße ich auch aktuell gerade das Wetter. Ein bisschen Schlittenfahren. Danke. Danke.